Wollen wir mal nachfragen bei unserem Russland-Korrespondenten Christoph Wanner in Moskau zur aktuellen Situation aus russischer Sicht, was den Ukraine-Krieg angeht. Gut, die Getreidelieferung lassen wir jetzt mal bei der Seite, da werden wir jetzt in der kommenden Woche erfahren, ob es überhaupt läuft. Aber Christoph, die High-Mars-Raketen, die aus den USA ja in die Ukraine geliefert worden sind, die haben also offenbar große Schäden bei den Russen angerichtet. Gibt es da irgendwelche Reaktionen bei dir in Moskau? Ja, Carsten, die gibt es. Und kurz vorweg, diese High-Mars-Mährfach-Raketenwerfer der USA sind ein enormes Ärgernis für Russland. Und da hat sich jetzt heute Maria Sakharawa zu Wort gemeldet, die Sprecherin des Außenministeriums. Er hat gesagt, die Amerikaner liefern nicht nur die High-Mars, sondern sie geben den Ukrainern auch die Koordinaten, wo die Raketen hin müssen, um russische Waffenlager zum Beispiel zu treffen. Sakharawa sagt auch, dass zivile Ziele angegriffen worden seien durch die Ukrainer. Und außerdem, so Sakharawa weiter, hätten die Amerikaner auch ihre eigenen Instruktoren, wie das hier heißt, also mit anderen Worten Soldaten eingeschleust, die den Ukrainern helfen sollen, diese High-Mars-Mährfach-Raketenwerfer zu bedienen. So, und jetzt versuchen die Russen dagegen etwas zu tun, und zwar indem sie diese Waffenlager, die sie zentral gehalten haben, aufsplitten in viele kleine Lager. Und so versuchen sie diese Wirkung dieser hocheffizienten, präzisen amerikanischen Waffen zu neutralisieren. Und darüber hinaus will man hier auch die Flugabwehrsysteme in den neuralgischen Orten, in den besetzten Gebieten in der Ukraine verbessern. Auch das eine Gegenmaßnahme. Und es gibt auch Vergeltungsschläge für diese High-Mars-Attacken auf russische Stellungen. Und zwar jetzt ganz frisch ist das Zentrum der ukrainischen Stadt Winnitsa angegriffen worden. Und das steht in meinen Augen im unmittelbaren Zusammenhang mit den High-Mars-Attacken nach dem Motto, wenn ihr uns hier mit diesen Waffen so drangsaliert, dann werden wir zurückschlagen. Und zwar auch an Orten, die bisher noch nicht im Zentrum der russischen Angriffe gestanden haben. Und zwar auch an Orten, die bisher noch nicht im Zentrum der russischen Angriffe gestanden haben.